Herzlich Willkommen bei S1 und ich BauTV. Ich philosophiere ja jedes Mal über einen Weg bei D1 über den Trog. Und wenn das stimmt, dann muss der ja hier drüben auch irgendwo ankommen. Deswegen konnte ich hier nicht vorbei. Das sieht doch genauso aus, als gäbe es hier ein Fundament für eine Brücke über die Baulogistikstraße neben dem Trog. Da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!